Ich schließe die Beratung zu Tagesordnungspunkt 4 und rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 4816, Neudruck, mit dem Thema Karenzzeit für ausgeschiedene Regierungsmitglieder und, Klammer auf, parlamentarische Klammer zu, Staatssekretäre in Anlehnung an EU-Recht einführen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Marsching das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, verehrte Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Wir debattieren heute über unseren Antrag für ausgeschiedene Regierungsmitglieder und parlamentarische Staatssekretäre sowie Staatssekretäre eine Karenzzeit in Anlehnung an das EU-Recht einzuführen. Eine kurze Vorwarnung. Ein Großteil meiner Rede besteht aus Zitaten, die ich entsprechend auch benennen werde. Ich erzähle Ihnen kein Geheimnis, wenn ich verrate, dass die Diskussion natürlich durch den Fall Pofalla aufgekommen ist. Unser Antrag ist Folge der vielen Zuschriften und der vielen Anfragen, die uns dazu erreicht haben. Sicherlich, insgesamt stellen Antikorruptionsorganisationen der Bundesrepublik ein sehr gutes bis gutes Zeugnis aus. Aber trotz dieser positiven Bewertung sehen Sie, Zitat, Spielraum für Verbesserungen in der Praxis. Karenzzeiten für Regierungsmitglieder und parlamentarische Staatssekretäre, das wäre eine solche Verbesserung. In unserem Zitat, Recht fehlt dazu bisher jegliche Regelung. Es gibt aber ein Bedürfnis für eine vernünftige Regelung. Wir wollen diese in Anlehnung an die Regeln der Europäischen Kommission machen. Danach muss ein Kommissionsmitglied nach dem Ende der Dienstzeit innerhalb von 18 Monaten eine berufliche Tätigkeit nach Anhörung von einer Ethikkommission genehmigen lassen. Zitat Ende. Neues Zitat. Die EU-Kommission hat damals eine solche Regelung nach dem Wechsel von Bangemann zu Telefonica eingeführt. Es ist da nämlich derjenige in ein Telekommunikationsunternehmen eingetreten, der zuvor als EU-Kommissar den Telefonmarkt in Europa reguliert hat. Solche Sachen gehen nicht. Es kann nicht einfach das versilbert werden, was man im Amt geleistet hat. Zitat Ende. Und die Kollegen klatschen für ein Zitat des Kollegen Volker Beck aus der Grünen-Bundestagsfraktion. Verschiedene Nichtregierungsorganisationen wie Lobby Control und Transparency International fordern allerdings eine längere Karenzzeit, drei Jahre, das auch zu Recht, denn, Zitat, Transparenz ist kein Selbstzweck. Transparenz soll sicherstellen, dass Nichtinteressen in illegitimer Weise auf parlamentarische und exekutive Entscheidungen Einfluss nehmen. Zitat Ende. Es muss einfach klar sein, Zitat, dass die Anschlussbeschäftigung eine allein berufliche Tätigkeit ist und kein Dankeschön für Entscheidungen im Amt und kein Einkaufen von Amtswissen durch Konzerne und Wirtschaftsverbände. Und eigentlich schon traurig, weil da wird wieder dem Kollegen Beck aus dem Bundestag geklatscht. Aber vielleicht kriege ich das ja noch hin. Diese Offenheit liegt auch im Interesse der Betroffenen. Denn so und nur so können alle Zweifel ausgeräumt werden, dass Regierungsmitglieder und Staatssekretäre sich nach ihrer Amtszeit integer und sauber verhalten. Sicherlich kennen wir alle die Diskussion im Bund. Wir wissen auch, dass nach langem Hin und Her jetzt endlich eine gesetzliche Regelung geschaffen werden soll und keine Selbstverpflichtung. Wir Piraten sehen aber keinen Grund, warum wir in Nordrhein-Westfalen das nicht einfach auf Landesebene regeln und damit Vorreiter sein dürften. In vielen Bereichen machen wir im Land doch wegweisende Regelungen im Bereich Transparenz des Parlamentarismus. Ich nenne mal unsere Diäten als Beispiel. Die sind klar und verständlich. Da sind keine versteckten Zusätze und die sind in einem Gesetz aufgeschlüsselt. Die kann man nachlesen. Das finden wir als Piraten richtig gut. Lassen Sie uns auch in diesem Bereich bei der Nachvollziehbarkeit vorne mit dabei sein. Lassen Sie uns einfach für den Bund ein gutes Beispiel bieten. Und mir ist wichtig, noch mal zu sagen, wir fordern hier keine fertige Lösung. Wir wollen der Landesregierung die Möglichkeit geben, bei einer sie betreffenden Regelung mitzureden. Bitte tun Sie das. Bitte legen Sie einen Vorschlag vor. Und bitte, Zitat, rechtfertigen Sie das Vertrauen, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen noch in diese Institution, Zitat Ende, den Landtag, das Land Nordrhein-Westfalen in seine Regierung und in die Demokratie hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marscheng. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Professor Bovermann das Wort. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Und auch noch am Freitagnachmittag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In seinem Vortrag Politik als Beruf aus dem Jahr 1919 unterscheidet Max Weber, der Vater der modernen Sozialwissenschaft, zwischen zwei Typen von Politikern. Denen, die für die Politik leben und denen, die von der Politik leben. Und weiter heißt es bei Weber, und nun zitiere ich auch einmal, der von der Politik lebende Berufspolitiker kann sein, reiner Fründner oder besoldeter Beamter. In dieser Debatte heute geht es um den Übergang von Politikern als besoldete Beamte in Funktionen und Positionen der Wirtschaft, die ihren Unterhalt sichern sollen. Auch fast 100 Jahre später tun wir uns dabei in Deutschland immer noch schwer mit dem Typus des Berufspolitikers. Sei es bei Diätenerhöhungen, Nebentätigkeiten oder, so wie heute, den Aktivitäten nach dem Ausscheiden aus der Politik. Stets droht die Zunahme der Politikerverdrossenheit. Daher ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass die Piraten sich um die – und hier zitiere ich jetzt aus dem Antrag – Glaubwürdigkeit des Parlamentarismus als ganzem sorgen. Das hat man, lieber Herr Marsching, nicht von Ihnen, aber von anderen Mitgliedern aus Ihrer Fraktion auch schon anders gehört. Um mir kein Missverständnis aufkommen zu lassen, der Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft ist durchaus erwünscht. Und doch gibt es Bedenken, die die Piraten in ihrem Antrag am Beispiel des Falles Pofalla aufgreifen. Unabhängig davon, ob es sich um einen Wechsel zu einem Unternehmen des Bundes oder in die freie Wirtschaft handelt, muss die Mitnahme von Insiderwissen und die Verwendung dieses Wissens gegen staatliche Interessen und zum persönlichen Vorteil unterbunden werden. Herr Abgeordneter, entschuldigen Sie, Herr Kollege Marsching würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Nein, ich möchte keine Frage zulassen. Als weiteres Problem kommt bei einem Wechsel während der Wahlperiode der Vertrauensverlust an der Wählerbasis hinzu. In diesem Fall, dem Fall Pofalla, fehlte es wohl an der notwendigen Verantwortungsethik, die stets die Folgen des Tuns einbezieht. Oder, um es wieder mit Vaxmeva zu formulieren, nicht jeder Berufspolitiker hat auch den Beruf zur Politik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir nun zu den Forderungen der Piraten. Sie präsentieren uns in Ihrem Antrag eine bunte Mischung von Indikatoren, ohne sich klar festzulegen. Zum einen sollen sich die Aufgabengebiete oder Ressorts von früherer und neuer Tätigkeit nicht überschneiden. Zum anderen dienen Interessenverflechtungen und Konflikte als Kriterium. Schließlich soll der Zusammenhang zwischen im Amt getroffenen Entscheidungen und einer nach dem Ausscheiden aufgenommenen Tätigkeit vermiedet werden. Befordert wird eine dreijährige Karenzzeit und die Einrichtung einer Ethikkommission. Letzteres dürfte angesichts der vorhin angedeuteten ethischen Fragen besonders problematisch sein. Was ich aber nicht verstehen kann, liebe Piraten, ist die Behauptung, dass es in Nordrhein-Westfalen keine diesbezüglichen Regelungen gäbe. Ein Blick in das Korruptionsbekämpfungsgesetz und das Beamtenstatusgesetz hätte Sie eines Besseren belehrt. Dort finden sich für ausgeschiedene Regierungsmitglieder eindeutige Bestimmungen, wenn durch ihre Tätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigt sind. Auch ein Karenzzeitraum ist klar definiert. Was also wollen die Piraten uns mit ihrem Antrag sagen? Vielleicht erfahren wir es nach der Überweisung in den Hauptausschuss, der wir zustimmen. Dort können wir auch über die Überlegungen auf Bundesebene diskutieren und abwarten, ob dort überzeugende Lösungen gefunden werden. Für Nordrhein-Westfalen jedenfalls sehen wir zurzeit keinen Handlungsbedarf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bobermann. Bitte bleiben Sie auch noch einen Augenblick hier, denn die Piratenfraktion hat eine Kurzintervention angemeldet. Ich vermute, der Kollege Marsching, der sich freundlicherweise dann eindrückt. Dann kann ich ihm auch für 90 Sekunden das Wort geben. Bitte. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Bobermann, wenn Sie mich nicht zwischenfragen lassen, mitten in der Rede muss ich das leider am Ende tun, weil Zwischenfragen sind ja auch da, um Verständnisfragen zu stellen. Sie haben gerade gesagt, zum Thema Glaubwürdigkeit des Parlamentarismus, da hätten Sie von anderen aus meiner Fraktion schon was anderes gehört. Diesen Punkt hätte ich gerne von Ihnen noch mal erläutert, wenn es geht. Herr Kollege Bobermann. Ja, ich beziehe mich auf Aussagen, die aus Ihrer Fraktion gekommen sind und das System des Parlamentarismus als ein krankes System bezeichnen. Und ich denke, das ist eine Formulierung. Da geht es jetzt nicht nur um sicherlich immer wichtige Verbesserungen unseres parlamentarischen Systems, sondern um eine fundamentale Kritik. Und von daher habe ich mich gewundert, dass Sie sich jetzt hier in diesem Fall der Karenzzeiten ja zum Retter oder zur Retterin des Parlamentarismus aufschwingen. Aber ich begrüße das, wenn es einen entsprechenden Wandel, Gesinnungswandel gibt. Und ich habe ja auch deutlich gemacht, dass das nicht auf die Fraktion insgesamt zutrifft und dass es da ganz unterschiedliche Positionen bei Ihnen gibt. Wir freuen uns immer darüber, wenn es darum geht, den Parlamentarismus im Detail zu verbessern. Allerdings die dort gefallenen Äußerungen kann ich also nur mit großem Unverständnis zurückweisen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Prof. Bodermann. Soweit Kurzintervention und Antwort darauf. Nächster Redner für die CDU-Fraktion ist Herr Kollege Joost Mayer. Bitte, Herr Kollege. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, völlig losgelöst von dem zurzeit aktuell diskutierten Fall, meine Damen und Herren, die Frage und das Problem, wenn Sie so wollen, Wechsel von Politik in die Wirtschaft oder umgekehrt Wirtschaft in die Politik, hatten wir auch in früheren Jahren und Jahrzehnten und völlig losgelöst von der Farbe der Partei, die gerade in Bonn oder hier in Düsseldorf das Sagen hat. Ich denke mal auch vor dem Hintergrund des Antrages der Piratenpartei, dass es Konsens in diesem Hause bei den Parteien ist, dass wir gemeinsam wollen und sagen, dass ein Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft, Politik, Kultur, Politik, Verwaltung und auch umgekehrt nicht nur gewünscht ist, sondern dass es auch notwendig ist, dass das stattfindet. Und ich denke, je mehr Normalität wir bei dieser Frage haben, je mehr Normalität wir in dem Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft haben, desto besser für die Parlamente und desto besser auch insgesamt für die Politik. Sie kennen wahrscheinlich den Spruch, den Sie sich und wir uns auch häufiger in den Wahlkreisen anzuhören haben, wir wollen kein Beamtenparlament, wir wollen auch nicht nur ein Berufspolitikerparlament, sondern dann kommt häufig so ein schöner Satz hinterher, das Parlament ist mal voller und mal leerer, aber ständig voller Lehrer. Jeder von uns weiß, dass das nicht stimmt und dass wir dem entgegentreten, aber die Art und Weise, wie wir dieses Thema behandeln, kann auch dazu beitragen. Meine Damen und Herren, die Große Koalition hat sich mit diesem Thema ebenfalls befasst. Der Koalitionsvertrag sagt, dass man eine angemessene Regelung da anstreben will. Am 16. Januar dieses Jahres hat sich der Bundestag mit dieser Thematik befasst. Ich denke, es wäre völlig falsch, wenn wir uns jetzt gegenseitig zwischen den Parteien in einen Überbietungswettbewerb hineinbegeben, wer dann die höhere Karenzzeit fordert. Hier ist schon der Antrag der Piraten aus meiner Sicht nicht stringent. Die Piraten verweisen auf die europäische Regelung. Die haben dort eineinhalb Jahre für Kommissare und für Kommissionsmitglieder. Sie haben das vorhin zitiert. Herr Marsching, Sie wollen aber selber die doppelte Karenzzeit, nämlich von drei Jahren begründen das aber nicht, begründen das in Ihrem Papier nicht. Meine Damen und Herren, wir sollten uns hüten, bei dieser Frage eine generelle pauschale Regelung zu suchen und zu finden. Jeder Fall unterscheidet sich. Es ist etwas völlig anderes, ob ein früherer Bundeskanzler sich in den Dienst des Präsidenten Putin stellt. Es ist auch keine Frage einer Karenzzeit. Wenn ein früherer Bundeskanzler sich in den Dienst einer fremden Macht stellen will, dann sollten wir sagen, da kommt es auf Karenzzeiten gar nicht an. Das sollte er nie tun. Der hat keine drei Jahre abgewartet. Die Karenzzeit ist also nicht das Thema an sich. Meine Damen und Herren, wir verschließen uns einer sachlichen Diskussion, um zu Regelungen zu kommen, nicht. Wir können das gerne im Hauptausschuss sachlich konkret behandeln. Wir haben aber die herzliche Bitte, oder ich gebe zu bedenken, ob es nicht klug wäre, um keinen Flickenteppich zu bekommen, dass wir abwarten, was der Bund in dieser Berufsangelegenheit regeln wird. Wir sollten vermeiden, dass hier verschiedene Regelungen zwischen Bund und Ländern stattfinden. Und noch schlimmer wäre es, wenn die 16 Bundesländer ebenfalls völlig verschiedene Regelungen zu dieser Thematik hier abschließen würden. Wir freuen uns auf die Diskussion im Hauptausschuss. Ich hoffe und wünsche, dass wir dann zu einer Regelung kommen, die, und da gebe ich Ihnen Recht, mit dazu beitragen, dass die Politik oder Politikerverdrossenheit nicht weiter zunimmt, sondern das Gegenteil sollte stattfinden. Und je mehr wir den Wechsel stattfinden lassen und zur Normalität werden lassen, desto mehr hilft es den Parlamenten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Justmeier. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erteile ich das Wort, Herr Kollege Engstfeldt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kollege Marsching, also Sie haben ja bei Ihrer Rede gesagt, Achtung, jetzt kommen ein paar Zitate in meiner Rede und Sie haben das dann auch kenntlich gemacht. An welchen Stellen? Ich habe mir Ihren Antrag ja angeguckt und Sie wissen es ja ganz genau. Das hätten Sie mir im Antrag aber auch mal sagen oder dazuschreiben können, weil das ist ja in ganz großen Teilen einfach deckungsgleich mit dem Antrag von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 15. Januar 2014. Also, was Sie gemacht haben, ist ja sehr piratig. Sie haben aktuell einen Anlass, den haben Sie auch benannt, Herr Fall Pofalla genommen. Dann haben Sie ein bisschen geguckt, sagen Sie mal, was steht denn da, was haben die anderen denn da eigentlich aufgeschrieben, in diesem Fall unsere Bundestagsfraktion. Dann haben Sie die Rechtslage in Nordrhein-Westfalen, der Kollege Bobermann hat das ja angedeutet, nicht richtig erfasst. Ich weiß gar nicht, ob willentlich nicht erfasst oder nicht in der Lage gewesen ist, das zu erfassen. Ich gehe davon aus, dass der Minister bestimmt noch das eine oder andere zur Rechtslage gleich sagen wird. Und dann haben Sie geguckt, ja, was gibt es noch? Ach ja, europäische Ebene, da gibt es eine Regelung, haben keine eigene Idee gehabt und gesagt, dann können wir das doch vielleicht, wie das bei der Kommission geregelt ist, übernehmen. Aber festlegen wollen Sie sich auch nicht. Sie sind ein bisschen auf Ihrem Piratenschiff dahingesegelt, so blaues Lüftchen geguckt, was am Strand herumliegt, eingesammelt. Man wird hier zusammengerührt und dann ins parlamentarische Wasser geworfen. Also, gut. Ich meine, positiv gesprochen über das Ziel sind wir uns ja einig. Es darf ja keine hochdotierten Tätigkeiten von ausgeschiedenen Regierungsmitgliedern und parlamentarischen Staatssekretären und Staatssekretären im Bereich der Privatwirtschaft zum Dank für während der Regierungszeit geleistetes Entgegenkommen geben. Das ist völlig unstreitig. Und dass eine Karenzzeitregelung sinnvoll ist, vielleicht auch aus einer anderen Argumentation, sie ist nämlich auch sinnvoll deswegen, weil es Wirtschaftsunternehmen und ehemalige Mitglieder von Landesregierungen schützt vor Unsicherheiten und für ungerechtfertigte Kritik. Insofern ist das auch immer gut, wenn man da einen Abstand hat. Ich kann beim besten Willen gerade nicht erkennen, dass die europäische Regelung besser sein soll als das, was wir in Nordrhein-Westfalen derzeit haben. Der Kollege Joostmeier hat angesprochen, im Bund gibt es ja eine Bewegung. Da soll das ja auch jetzt, also ausgelöst vom Fall Pofalla, da auch noch mal Überlegungen geben und eine Karenzzeit eingeführt werden. Ich persönlich glaube als Grüne, wir brauchen eine gesetzliche Regelung. Es muss eine gesetzliche Regelung sein. Unsere Fraktion hat da ja auch Vorschläge gemacht. Und ich meine, das ist zur Überweisung. Der Überweisung stimmen wir zu. Und wir werden natürlich dann sehen, sollte es Lücken oder irgendwelche Umgehungsmöglichkeiten der nordrhein-westfälischen Gesetzeslage geben, sind wir immer offen, das zu diskutieren und thematisieren und gegebenenfalls Veränderungen vorzunehmen. Aber das ist derzeit so erstmal nicht erkennbar. Insofern Überweisung stimmen wir zu. Aber das ist mir alles hier ein bisschen zu wenig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Engstfeld. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Freimuth. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Grundsätzlich ist ein Wechsel zwischen Politik, Wirtschaft, zwischen Politik und den unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft ja erwünscht. Und, glaube ich, auch eine Bereicherung für die politische Landschaft und in gleicher Weise auch in politische Erfahrungen in die anderen gesellschaftlichen Bereiche einfließen, ist das ebenfalls von Vorteil. Regierungsämter und auch ein Parlamentsmandat ist regelmäßig nur ein Amt auf Zeit. Und deswegen wirft auch regelmäßig der Wechsel zwischen einem politischen Amt in ein Unternehmen der privaten Wirtschaft und da möglicherweise auch mit der Unterscheidung, ob es lediglich in der privaten Rechtsform ist und ansonsten vielleicht Staatsbeherrschtes oder im Eigentum des Staates oder der öffentlichen Hand steht, regelmäßig Fragen auf. Diese Fragen stellen sich insbesondere dann, wenn es Wechsel innerhalb eines Aufgabenbereiches sind, wenn dort der personelle Austausch stattfindet. Und man in der Tat den Fragenkomplex hat, ob dort Insiderwissen, spezielles Wissen an anderer Stelle eben Einfluss nehmen soll oder genau eben mit dem Ziel der Einflussnahme genommen wird. Meine Damen und Herren, aus welcher Funktion jemand exakt wohin wechselt, kann bei all diesen Fragen einen wirklich entscheidenden und großen Unterschied machen. Es gibt ganz und gar unbedenkliche Wechsel, wie auch sicherlich höchst kritisch zu bewertende Wechsel. Wechselt zum Beispiel ein ehemaliger Innenminister... Keine Gerüchte streuen. Sie sind doch noch amtierend, Herr Jäger, dachte ich. Also, ich meine, wenn sich das ändern sollte, lassen Sie es mich wissen. Also für den Fall, dass ein ehemaliger Innenminister zum Beispiel zu einem privaten Industrieunternehmen der Nahrungsmittelindustrie wechselt, wird sich vielleicht weit weniger jemand darüber aufregen, als wenn ein Energieminister zu einem großen Stromkonzern wechselt. Diese Unterscheidung spielt aber im Antrag der Piraten überhaupt keine Rolle. Sie unterscheiden überhaupt nicht zwischen den in Rede stehenden oder hier in der Abwägung zu stehenden Fragen. Gerade beim Wechsel in ein staatseigenes oder vom Staat beherrschtes Unternehmen wird oftmals auch die Frage aufgeworfen, ob zum Beispiel auf diese Weise politische Einflussnahme gesichert werden soll, ob es sich um einen sogenannten Versorgungsposten handelt. All das sind ebenfalls Aspekte, die in Ihrem Antrag nicht die geringste Rolle spielen. Meine Damen und Herren, eine Karenzzeit ist ein Eingriff in die verfassungsrechtlich verbirgte Berufsfreiheit, also in Grundrechte. Und das ist dann eben auch das, was eine Abwägung erforderlich macht. Und wenn sich hier die Piraten immer als eine Grundrechtspartei gerieren wollen, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, da muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, dass es auch andere Rechte gibt, andere Grundrechte gibt, als nur, ohne das relativieren zu wollen, nur das Datenschutzthema. Ich darf mit Hinblick auf dieses Wechselverbot, was Sie in dem Antrag ja thematisieren, einfach mal darauf hinweisen, dass das einen massiven Eingriff in die Berufsfreiheit des jeweiligen Wechselwilligen, und zwar unabhängig jetzt, ob der Frage freiwillig oder weil er einfach zum Beispiel aus dem Amt nicht mal dieses Amt ausübt, zum Beispiel nach einem Regierungswechsel, und deswegen auch selbstverständlich sich eine neue berufliche Existenz aufbauen muss. Das alles muss verhältnismäßig sein, das muss miteinander abgewogen sein. Das spielt in Ihrem Antrag nicht die geringste Rolle. Und auf die Widersprüche zwischen drei Jahren und 18 Monaten, Selbstverpflichtung zum Beispiel auf der europäischen Ebene, haben gerade die Kollegen schon darauf hingewiesen. Da will ich mit Blick auf die Zeit dann auch nicht näher eingehen. Ich will jedenfalls nur für die FDP-Fraktion sagen, ich halte eine Karenzzeit von drei Jahren für schlicht unverhältnismäßig. Die Diskussion über eine Karenzzeit von einem Jahr rückt jedenfalls wesentlich eher an eine Verhältnismäßigkeit heran. Liebe Kolleginnen und Kollegen, interessant ist ja, dass im Antrag der Piraten das auch noch auf die Landesbeamten übertragen werden soll. Auch hier muss man doch mal wirklich im Detail dann hingucken. Sind das letztlich Letztentscheider oder sind das Entscheidungsvorbereiter, die in wirklich großer, gewissenhafter Arbeit, ihre Arbeit verrichten, aber dann möglicherweise sich eine andere berufliche Perspektive aufbauen. Da können wir doch nicht sagen, und die haben jetzt erstmal ein dreijähriges Berufsverbot, wenn man in ihrer Kategorie bleiben wollte. Zumal wir alle wissen, dass nach drei Jahren im Zweifel auch Kenntnisse entscheidend veraltet sind und wirklich für gar nichts mehr gebraucht werden können. Und Brüche im Lebenslauf, die im Übrigen ja auch nirgendwo durch Übergangsgelder zum Beispiel dann abgefangen sind, wirft dann weitere Fragen auf. Ihr Antrag, und das, Herr Präsident, ist dann auch der Schluss, soll Beratungsgrundlage im Hauptausschuss werden. Wir stimmen der Überweisung selbstverständlich zu, sehen aber hier noch erheblichen Diskussionsbedarf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Auch Sie darf ich bitten, noch einen Moment vorne zu bleiben, Frau Kollegin Freimuth, denn die Piratenfraktion in Form von Herrn Marsching hat sich zu einer Kurzintervention gemeldet. Herr Kollege Marsching, Sie kennen das Verfahren. Sie müssen nicht… Das ist hier vermeldet worden. Moment, Moment, Moment. Halt, halt, halt. War das… Darf ich… Nein, das war wohl ein Missverständnis innerhalb der Piratenfraktion. Hier war gemeldet worden, eine Kurzintervention. Offenbar hat sich das verflüchtigt. Entschuldigung, Frau Kollegin Freimuth. Damit bleiben wir in der vorgesehenen Reihenfolge. Das heißt jetzt Herr Minister Jäger das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, dieser Antrag beweist Ihre beiden größten Stärken. Die eine Stärke ist Ihre unnachahmliche Fähigkeit, die Position anderer Parteien zu adaptieren. Manche würden nur sagen, abschreiben. Und Ihre zweite große Stärke ist, dass Sie ganz offensichtlich die öffentliche Berichterstattung verfolgen und deshalb ein aktuelles Thema aufgreifen. Wenn Ihnen jetzt noch die Gabe gegeben wäre, nämlich Gesetze zu lesen und sie anschließend auch zu verstehen, dann wäre heute möglicherweise dieser Tagesordnungspunkt nicht erforderlich gewesen. Unter Juristen, davon haben wir ja einige im Haus, gibt es den Spruch, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Und dann sage ich Ihnen jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, will ich Ihnen das erklären, was Sie nicht wissen und gleichzeitig auch sagen, wo Sie es nachschlagen können. § 41, Beamtenstatusgesetz. Darüber hinaus § 52, Landesbeamtengesetz. Diese beiden Paragrafen enthalten die Regelung für Beamtinnen und Beamte im Lande Nordrhein-Westfalen, die inhaltlich genau dem entsprechen, was auch für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte gilt. Das heißt ganz konkret, es gibt erstens eine Pflicht zur Anzeige von Tätigkeiten, wenn der inhaltliche und zeitliche Zusammenhang mit der früheren dienstlichen Arbeit gegeben ist. Und zweitens ist diese Tätigkeit zu untersagen, wenn zu befürchten ist, dass dienstliche Interessen beeinträchtigt werden könnten. Das heißt ganz konkret, wenn ein Konflikt droht, dann wird untersagt. Es gibt dabei übrigens keinen Ermessensspielraum. Dabei gibt es zwei Fristen, die zur Anzeige zu beachten sind. Und geregelt werden diese Fristen für zwei Personenkreise. Für Beamte, die die Regelaltersgrenze erreichen und die in den verdienten Ruhestand gegangen sind, sind es drei Jahre. Für alle übrigen Fälle, zum Beispiel frühere Beamte mit Versorgungsbezügen, beträgt diese Frist fünf Jahre. Insofern besteht die von Ihnen behauptete Lücke in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Bundesrecht nicht. So, jetzt kommen wir zum zweiten Personenkreis. Auch für Regierungsmitglieder haben wir seit dem Jahre 2004 hier in Nordrhein-Westfalen eine eigene Regelung. Die finden Sie im § 18 Korruptionsbekämpfungsgesetz. Diese Regelung verweist ebenfalls auf die eben genannten Gesetze, was nichts anderes bedeutet als, solange eine Ministerin, ein Minister oder auch ein parlamentarischer Staatssekretär Übergangsgeld oder Ruhegehalt bezieht, muss sie oder er diese Tätigkeit ebenfalls anzeigen, muss anzeigen. Und zwar gegenüber der Ministerpräsidentin und übrigens mit denselben Konsequenzen und Rechtsfolgen wie die für die Beamten und Beamtinnen in Nordrhein-Westfalen. Ich füge hinzu, soweit uns das bekannt ist, ist das die schärfste Regelung, was eine Anschlussbeschäftigung angeht, bundesweit. Sie sehen, wir sind in Nordrhein-Westfalen gut aufgestellt, auch was die Verhinderung von möglichen Interessenkonflikten zwischen ehemaligen Ministern, parlamentarischen Staatssekretären und den Interessen des Landes gilt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Für die Piratenfraktion hat sich noch einmal der Kollege Marsching zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank. Ich habe so viel zu sagen. Nur noch 40 Sekunden Zeit. Ich versuche es trotzdem. Herr Minister Jäger, erstens sind parlamentarische Staatssekretäre per se keine Beamte. Das sollten Sie auch wissen. Für die gibt es schon einmal eine Regelungslücke. Aber viel wichtiger ist, in der Kleinen Anfrage haben wir ja nachgefragt, wie viele Fälle es davon gab. Und es ist kein Fall bekannt. Denn, was auch alle wissen sollten, eine Krähe hackt der anderen ja kein Auge aus. Und das zum Thema krankes System, das wurde mir ja vorhin vorgeworfen, kranke Systeme sind nicht tot, sondern die können geheilt werden. Wir sind ja im Wahlkampf schon angetreten und haben gesagt, wir sind der Patch für dieses Betriebssystem. Wir wollen das ja heilen. Deswegen sind wir ja hier. Die Redezeit, Herr Kollege Marsching. Zum Kollegen Engstfeld, ganz schnell noch. Das ist nicht nur, da können Sie sich gerne mit den Lorbeeren der grünen Bundestagsfraktion natürlich rühmen. Aber der größte Teil des Antrags stammt tatsächlich von der SPD-Fraktion im Bundestag, nämlich von 2012. Vom Kollegen Oppermann waren übrigens auch ein Teil meiner Zitate. Also nicht nur die Grünen, sondern auch die SPD war bis jetzt dafür. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir sind am Schluss der Aussprache und stimmen ab. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antragsdruckssache 4816 Neudruck an den Hauptausschuss. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer ist für diese Überweisungsempfehlung? Ist jemand dagegen oder enthält sich? Dann ist das einstimmig so angenommen und der Antrag überwiesen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6 und damit dem letzten Tagesordnungspunkt für heute. Die große Angelegenheit.